Gespräch über Konflikte im Büro auf Deutsch mit Englisch Hallo, Julia, können wir kurz sprechen? Natürlich, Lisa, was liegt dir auf dem Herzen? Ich habe bemerkt, dass es in letzter Zeit Spannungen zwischen unseren Teams gibt und das beeinträchtigt unsere Arbeit. Ich denke, wir sollten das ansprechen. Ich stimme zu, es gab einige Missverständnisse bezüglich der Projektverantwortlichkeiten. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten ein Team-Meeting abhalten, um die Probleme offen zu besprechen. Es könnte helfen, wenn wir die Rollen und Erwartungen aller klären. Das klingt nach einer guten Idee. Vielleicht können wir auch ein System für eine bessere Kommunikation einrichten, um zukünftige Konflikte zu vermeiden. Genau, offene Kommunikation ist entscheidend. Wir sollten die Team-Mitglieder ermutigen, ihre Bedenken frühzeitig zu äußern. Ich werde ein Meeting für morgen früh arrangieren. Lass uns eine Tagesordnung vorbereiten, um sicherzustellen, dass wir alle Punkte abdecken. Super, danke, Tom, ich hoffe, dass uns das hilft, die Konflikte zu lösen und die Teamarbeit zu verbessern. Okay. Vielen Dank.